Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 8. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1296. Heute mit den folgenden Themen. SwitchBot, Safari, Qualcomm, Akara, Acer, Sennheiser, Google Maps, Apple Maps, TCL, Oppo, Ikea und Netflix. Das meiste der Themen sind Dinge, die an der CES vorgestellt wurden, obwohl meist, nein, nicht ganz, aber vieles davon, was heute kommt, ist Neuigkeiten rund um die CES, sagen wir es so zumindest. Ja, was haben wir da gesehen? Zum einen hat SwitchBot seinen Hub 2 vorgestellt. SwitchBot ist so ein Hersteller für den meisten wahrscheinlich bekannt, den Automatisierten. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, hey, Tante, Sprachassistent, mach, dass der Vorrang aufgeht und dann geht der Vorrang auf, weil da so ein Slider dran ist, der das Ganze auf die Seite schiebt. Die haben aber auch noch zahlreiche andere Geschichten im Angebot. Ich könnte mal meine Testberichte damit in den Shownotes verlinken. Kleine Notiz an mich. Genau. Wer mag, gerne auf daily.geektalk.ch oder am Podcatcher euer Vertrauens da in den Shownotes zum Anklicken und Anlesen respektiv mal ein bisschen genauer anschauen. Und eben, sie haben einen neuen Hub vorgestellt. Der ist nicht nur einfach ein kleines Kästchen, wie es der Vorgänger war. Nee, jetzt kommt hier auch gleich noch die Feuchtigkeit, die aktuelle Temperatur und noch zwei andere Dinge angezeigt in Miniaturform. Und es ist eben der Hub. Und jetzt weiss ich auch, genau, der SwitchBot ist nämlich das Hauptding. Das ist das coole kleine Händchen oder Fingerchen, was rauskommt, was euch dumme Geräte, einfache alte Geräte smart machen kann. Ich kann so zum Beispiel, egal von wo ich gerade bin, unsere Haustüre öffnen, indem ich eben das kleine Fingerchen rausfahren lasse. Also, nicht falsch verstehen hier. Geht am besten die Testberichte von mir nachlesen. Da seht ihr es. Und ich glaube, ich habe ein Video dazu gemacht. Mein Gott, heute gibt es ganz viele Links in den Shownotes. Vor 20 Jahren, genau gesagt vorgestern, am 7. Januar, hat Steve Jobs damals noch an der Macworld, damals gab es die noch, das hat parallel zu der CES stattgefunden, mehr oder weniger parallel, eine Apple-Veranstaltung. Damals haben sie einen eigenen Browser vorgestellt, auf einer eigenen Engine, respektive auf der K-HTML-Engine vom KDE-Projekt. Und das haben sie WebKit genannt. Das war die Grundlage vom Safari. Der war getrimmt auf Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit. Und nachdem Apple das Ganze dann auch ein Jahr später, respektive im Sommer an der WWDC im eigenen Haus dann vorgestellt haben und ein Jahr später als Browser rausgebracht haben, hat das Ganze auch ziemlich stark den Browsermarkt aufgerüttelt. Denn es war deutlich schneller, mit dem Safari zu surfen. Damals gab es dann, oder hat der Safari den Internet Explorer, welcher Standard war auf Mac-Geräten, abgelöst. Im Jahre 2007 hat man dann den Safari auch auf die Windows-Rechner gebracht. Ende 2007 kam er aufs iPhone und so weiter und so fort. War natürlich eine grosse Geschichte. Und was viele gar nicht wussten, wer heutzutage Chrome oder den Microsoft-Browser nutzt, auch da ist ein bisschen Safari, Schreckstrich WebKit drunter. Denn Google hat sich damals an WebKit mitbeteiligt und hat den mitentwickelt oder sprich mitgeholfen zu entwickeln. Und den eigenen Browser Chrome am Anfang, im Jahre 2008, auch auf der Basis laufen lassen. Erst 2013 kam dann Google mehr oder weniger auf die Idee, eine eigene Geschichte zu machen. Haben das natürlich vorhand schon gemacht und ausgegliedert und das basiert jetzt auf der Blink-Engine. Und das ist die Engine, die auch für Opera und eben den Edge lauffähig sind. Ja, es ist überall ein bisschen Safari drin. 20 Jahre gibt es das Teil jetzt schon. Qualcomm, der Hersteller von CPUs, der hat ein neues Produkt, was er in seinen neuen Snapdragon 8-Generation-Mobile-Plattform mit integrieren möchte. Und was ist das? Snapdragon Satellite. Wenn ihr jetzt denkt, was ist das? Ja, das ist das, was es bei Apple schon gibt, bei Huawei schon gibt. Und ich glaube auch bei Mediatek schon vor ein paar, ein, zwei Monaten angekündigt wurde. Die Möglichkeit, wenn kein Empfang da ist, über einen Satelliten zu kommunizieren. Das bringt jetzt Qualcomm auch für alle Androiden, zumindest diejenigen, die sich einen so patenten Prozessor in ihren Smartphones drin leisten. Mal schauen, wie schnell das dann auch runterskaliert wird und auf die anderen Plattformen kommen wird. Dann gab es Neuigkeiten von meinen Lieblings-Smart-Home-Günstig-Sensoren und weiss ich nicht was alles. Hersteller Acara, die haben neue Smart-Home-Produkte vorgestellt. Zum einen ist das ein Presence, also ein Anwesenheits-Sensor, auf den freue ich mich schon sehr, ein Smart-Lock, also eben für die Türe zum Öffnen, ein Video-Doorbell, ein Klingel-Dingsbumsi mit Video für die Türe und ein LED-Stripe, den sie jetzt rausgebracht haben. Ich bin sehr gespannt auf die Produkte, wie gesagt, vor allem auf den Presence-Sensor, denn damit kann man einige tolle Geschichten umsetzen. Acer hat auch wieder, wie immer, an der CES seine neuesten Geräte vorgestellt. Diesmal unter anderem die Nitro und Swift-Reihe ausgebaut. Nitro ist die Gaming-Sparte. Da gibt es einen neuen Nitro 16 und Nitro 17. Und bei der Swift-Reihe ist es der Swift, ach wie hiess er nochmals, Go 14. Allesamt ein neuer, dünner, performanter, besseres Display, bessere Materialien, was das Gerät als solches anbelangt. Die Frage ist immer nur, wann kommen die Produkte dann schlussendlich auch zu uns. Im Mai herum, Juni herum sollte es soweit sein. Also wenn dann Acer sein eigenes Event hat in New York, sollten dann die Geräte das erste Mal in die Unboxings dieser Welt kommen. Das Sennheiser Unternehmen hat mit dem Conversation Clear Plus ein neues Gerät vorgestellt. Ihr könnt es euch vorstellen, ist ein Kopfhörer, in ihr Kopfhörer, um genau zu sein. Dem es aber nicht unbedingt nur ums Musik oder auch sonst Podcasts geniessen geht. Es geht darum, es zu nutzen für Menschen, die ein bisschen Mühe haben, in lauter Umgebung Stimmen von anderen Leuten zu hören. Deshalb haben sie dem Gerät mehrere Mikrofone verbaut, sodass die Active Noise Cancellation, die Umgebungsgeräusche, besser herausgefiltert werden. Und laut einer Studie, die Sennheiser selbst erstellt hat, also eigenen Tests, haben 95% der Nutzenden von diesem Gerät deutlich besseren Klang bekommen. Ich bin sehr gespannt und werde mir die nach Möglichkeit mal anschauen, denn ich höre zwar super, ich höre teilweise, wenn ich mit Menschen am Telefon bin, was sie im Radio hören, ohne dass sie hören, was sie hören. Aber wenn es in lauten Umgebungen ist, habe ich Mühe, teilweise, meine Mutter schon, habe ich wahrscheinlich geerbt. Ja, da wäre doch sowas eine Lösung. Eine Lösung könnte für viele Wear OS Nutzenden das neueste Update sein. Denn da hat Google eine Turn-by-Turn-Navigation ohne Smartphone-Nutzung vorgestellt, respektiv geupdatet, reingefunst, abgedingsbumselt, genau. Das heisst, ab sofort könnt ihr auch navigieren rein mit der Uhr und nicht mehr mit dem verbundenen Smartphone dazu. Das ist beim Sport und so weiter sicherlich nicht verkehrt. Die Frage natürlich immer, wie viel Akku braucht es und wann dann das Update für deine Uhr kommen wird. Vor wenigen Tagen habe ich bei Apple Maps ein schönes Neuigkeitsding herausgefunden. Ich wollte mal kurz schauen, wie weit ich da ein paar Dörfer weiter habe. Und plötzlich habe ich so komische Icons auf der Spur gesehen. Das waren Höhenprofile. Die zeigt es dir an, wenn du den Fussweg auswählst. Jetzt hoffe ich natürlich ganz stark, dass nächstens auch die Velogeschichte kommt, die Fahrradintegration. Das wäre toll. Auch an der CIS vorgestellt hat der Fernsehenhersteller TCL, von dem ich immer noch am Fernsehen am Testen bin und sehr begeistert bin davon, ihr Produktportfolio erweitert. Es ist ein Tablet mit E-Ink-Feeling sowie einem Windows-Laptop. Beides klingt spannend. Das Laptop ist ein 2-in-1-Laptop. Es ist ein Windows 11 Home. Hat Technik verbaut, die man heute so rein macht. Ein Anti-Fingerprint-Glas. Ein E-Pen, den man benutzen kann. Dafür hat einigermassen gute Kameras. 5 und 8 Megapixel auf der Rückseite. Also das spannend halt eben wegen Laptop und Tablet in einem. Und dann eben noch das kleinere, was ein reines Tablet ist mit 8 Zoll. Mal schauen, ob die auch zu uns in der Schweiz kommen. Wenn dann, dann werden wir uns sie sicherlich anschauen nach Möglichkeit. Weiter geht's mit Oppo. Die haben am letzten Freitag noch auf den Markt geschmissen das A57S. Ein neues, günstiges Budget-Smartphone, das ziemlich viel Akku, ja auch, aber Technik generell mit drin hat. Zum einen eben 5000 mAh Akku. Dann auch den zum Laden über den Supervox-Standard, den sie haben mit 33 Watt. Also relativ schnell aufladen kann. Und viel mehr weitere Technik. Vor allem, ganz spannend, in dem Bereich finde ich ein Stereo-Lautsprecher. Und das Ganze ab UVP 199 Schweizer Franken. Das ist natürlich eine Ansage für den Markt. Weiter geht's mit Ikea. Auch die haben rund um die CES genutzt, um einen Nachfolger vom Ikea Windrichting vorzustellen. Der Ikea Windstirka. Ihr wisst, wie ich es mit den Namen habe. Ist ein Nachfolger. Und das Coole an dem Gerät ist, es hat nicht nur so ein Band oder einen Streifen, wo man visuell sieht, ob es grün, orange oder rot ist. Ich spreche von der Luftqualität, was die Partikelfilter anbelangt. Nee, das hat jetzt ein kleines Display. Ihr seht die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit. Ihr seht die Möglichkeit, oder ihr seht wie stark, dass die Luft eben mit den Partikeln verschmutzt ist. Und das Ganze ist Matter-kompatibel. Wenn ihr euch dann auch ein Dirigera, ein Hub, dazu nehmt, habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze mit anderen Ikea und oder anderen Matter-Geräten zu verbinden. Und da wird es spannend, weil auch dieses Gerät ist ein sehr günstiges Gerät, wenn man es so mit anderen in dem Bereich vergleicht. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Nicht-CES-Meldung. Heute geht es um Netflix und um eine neue Staffel, die angekündigt wurde. Da wird sich meine Tochter, oder ich würde bewusst sagen, meine Töchter, sehr darüber freuen. Denn sie haben die Serie gesuchtet. Ich spreche von Wednesday. Ja, die Tochter von, ach wie heissen sie nochmals? Der Addams Family mit dem kalten Händchen. Ja, man kann es schauen, wenn man möchte. Netflix hat bekannt gegeben, 1,2 Milliarden gestreamte Stunden sind insgesamt von der Serie konsumiert worden. Zumindest die, die über Netflix gegangen sind. Das kommt, ja, geht oder reiht sich an die ganzen Geschichten an, was Netflix sonst schon hatte. Stranger Things, Squid Games etc. Und da, denke ich, wird auch noch einiges kommen. Es gibt auch schon einen Staffel-Trailer zu der zweiten Episode. Den werde ich euch in die, wie heisst das nochmal, Shownotes packen. Genau, jetzt habe ich auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ihr wisst ja, euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Wochenstart. Heute mal eine längere Sendung. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.